Ich wünschte, ich wäre tot. Wieso denn? Warum willst du sterben? Du bist noch jung. Vor dir liegt ein langes Leben. Bald wirst du ein Mann sein. Wieso willst du sterben? Naja, meine Mutter ist schon lange tot. Ja und? Und wenn ich erst als Erwachsener sterbe, dann erkennt sie mich nicht. Sie wird mich nicht wiedererkennen. Sie haben noch ihr ganzes Leben vor sich. So viel Zeit. Und sie werden... Sie werden das durchstehen. Ich werde ihnen helfen. Es gibt viele Menschen, die ihnen helfen wollen. Hanna. Alles wird gut. Es ist zu spät. Ich bin tot. Ja. Aber... Aber irgendwo da draußen gibt es Mädchen. denen geht es genauso wie ihnen. Und ich will nicht, dass sie sterben. Mann, was ist los mit dir? Viel zu viel! Zu viel ist los mit mir. Das ist das Problem, richtig? Zu viel ist los mit mir. Und du kannst nichts dagegen machen. Du kannst es nicht ändern. Du kannst mich nicht reparieren, weil ich nicht kaputt bin. Ich muss nicht geheilt werden. Okay? Ich bin ich! Mann war so stark, Mann. Ja. Ich mein's ernst. Sie war nie krank. Nicht mal in der Erkältung. Dad auch. Er war stark. Er war ein echter Mann. Wenn er gesprochen hat, hat jeder zugehört. Ja, Mann. Deswegen kommen wir hier. An ihren Geburtstagen. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Herzlichen Glückwunsch, Mann. WDR mediagroup 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 WDR.